Musik Musik öffnet Türen und sie ebnet den Weg. Kann Gedanken verändern und manipulieren, Interessen vertreten und dich regenerieren. Sie kann Menschen bewegen, durch die Dunkelheit leiten, dir die Schmerzen nehmen oder Trauer bereiten. Musik ist unsere Leidenschaft, rettet zu jeder Stunde und gibt uns neue Kraft. Sie schwindet nie und spendet uns neue Energie. Musik Das Gedudel zieht den Mädels die Schlüppe aus und machst du's wirklich richtig, sitzen sie bald auf dir drauf. Und falls ihr jetzt dachtet, das war's, nee, nebenbei macht Musik machen auch noch ziemlich Spaß. Noch eine Sache gibt's an der Musik, die kürzt mich an, dass man damit als kleiner Fisch kein Geld verdienen kann. Das Lied enthält ne Lüge, bitte nehmt uns das nicht krumm, man kriegt mit Musik nur mal keine Frauen rum. Musik ist unsere Leidenschaft, rettet zu jeder Stunde und gibt uns neue Kraft. Musik ist unsere Leidenschaft, sie schwindet nie und spendet uns neue Energie. Musik ist unsere Leidenschaft, sie schwindet nie und spendet uns neue Energie. Musik ist unsere Leidenschaft. Musik ist unsere Leidenschaft, sie schwindet die Schwindet nicht, diese Leidenschaft. Untertitelung des ZDF, 2020